Der Bus der TSG Balingen ist in Dorfmerkingen angekommen. Der Platz ist sehr gut bespielbar, nicht wie letzte Woche, wo noch Schnee und Eis lag. Die Spieler sind bester Laune. Die Stimmung im Bus war hervorragend, die Mannschaft ist fokussiert, die Fans sind heiß auf das Spiel. Für Trainer Ralf Volkwein wird es nun darum gehen, die richtige Taktik zu finden, um auch noch den letzten Schritt zum Finale zu machen.